in diesem Video zeige ich euch mal das Schäfenwerk und zwar weiß liegt hier los mit dem Zug E4 oder E2 E4 Schwarz setzt genau das gleiche entgegengesetzt nach E5 dann setzt Schwarz den Läufer und dann weiß den Läufer nach nach C4 und dann sagt man Schwarz entwickelt den Springer nach C6 und dann kommt die Dame nach A5 oh 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 Schwarz denkt sich die Dame wird vertreiben indem sie Springer nach C6 spielt aber das ist natürlich der größte Fehler da hier Matt gesetzt wird das ist der Schäfer Matt Schach Matt in vier Zügen Spielbänden eine neue Spiel das kann natürlich Schwarz ebenfalls machen weil Schwarz kann natürlich Schwarz kann das ebenfalls machen E4 E5 Springer F3 Läufer C5 und dann muss Weiß zum Beispiel mal irgendwie unnötig den Zug machen und dann kann man B3 und läuft halt hier ein Schöpieren und sagt mal die Dame geht nach H4 Springer greift F3 an oder F3 Springer F3 greift an und so wird Matt gesetzt das ist eine Variante wie Schwarz das Schäfer Matt machen kann Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat Geht genau nach oben und abonniert und teilt das Video und habt Spaß damit Viel Spaß noch Tschüss